Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist ein sehr schönes Häkelmuster mit kleinen Muscheln, die im 3D-Format sind. Es besteht aus einer Maschenzahl, teilbar durch 4 und 2 Mustereien. Ich habe hier 16 Luftmaschen gehäkelt. 16, weil wir gesagt haben, teilbar durch 4, ich habe es mal 4 genommen, das sind 16. Ich mache noch 3 Luftmaschen dazu, 1, 2, 3, und nun häkle ich in der 5. Luftmasche ein ganzes Stäbchen. In der 5. Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Nun überspringe ich die nächsten 3 Maschen und in der 4. Luftmasche ein ganzes Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Und wieder 3 Luftmaschen überspringen, in der 4. Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Und wieder 3 Luftmaschen überspringen, in der 4. Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Nun die nächste Masche überspringen und in der letzten Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und die Arbeit wenden. Jetzt sind hier kleine Dreiecke entstanden und nun arbeite ich wie folgt. Ein Umschlag. Ich steche in die erste Lücke ein, bin hinter dem Stäbchen und komme im Dreieck raus. Ich hole mir den Faden, ziehe ihn durch das Dreieck, hinter dem Stäbchen, durch die Lücke nach vorne. Und ich häkel ein ganzes Stäbchen. 3 ganze Stäbchen im Dreieck häkeln. 1, 2 und das Dritte. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks häkeln. Das Erste, das Zweite und das Dritte. Ein Umschlag und jetzt steche ich ins Dreieck, bin hinter dem Stäbchen und komme in der nächsten Lücke raus. Ich hole mir den Faden durch die Lücke hinter dem Stäbchen und bin wieder im Dreieck und ich häkel ein ganzes Stäbchen. Man kann die Muschel jetzt sehen. Und wieder ein Umschlag. Ich steche in die Lücke, bin hinter dem Stäbchen, komme im Dreieck raus. Ich hole mir den Faden durch das Dreieck hinter dem Stäbchen und komme wieder in der Lücke mit dem Faden nach vorne. Und ein ganzes Stäbchen häkeln. 3 ganze Stäbchen im Dreieck häkeln. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen im Dreieck. Das Erste, das Zweite und das Dritte. Ein Umschlag und jetzt steche ich wieder im Dreieck, bin hinter dem Stäbchen und komme in der nächsten Lücke raus. Hohle mir den Faden durch die Lücke hinter dem Stäbchen und komme wieder im Dreieck raus. Und nun häkel ich ein ganzes Stäbchen. Man kann das Muster schon erkennen. Ein Umschlag, in der Lücke einstechen, hinter dem Stäbchen, bin im Dreieck, hole mir den Faden hinter dem Stäbchen und komme wieder in der Lücke vorne durch. Ein ganzes Stäbchen häkeln. Jetzt wieder 3 ganze Stäbchen im Dreieck. 1 2 3 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen im Dreieck. 1 2 2 und das Dritte. Ein Umschlag, ich steche ins Dreieck, bin hinter dem Stäbchen, komme in der nächsten Lücke nach vorne durch, hole mir den Faden hinter dem Stäbchen und bin wieder im Dreieck. Ein ganzes Stäbchen häkeln. Und nochmal ein Umschlag, ich steche in die Lücke, bin hinter dem Stäbchen und komme im Dreieck raus. Ich hole mir den Faden, bin hinter dem Stäbchen und komme wieder vorne in der Lücke raus. Und ich häkel ein ganzes Stäbchen. Nun 3 ganze Stäbchen im Dreieck häkeln. 1 2 und das Dritte. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen im Dreieck. Das Erste, das Zweite und das Dritte. Ein Umschlag, wieder im Dreieck hinter dem Stäbchen und in der Lücke rauskommen, Faden holen, hinter dem Stäbchen und wieder im Dreieck vorne rauskommen. Und ein ganzes Stäbchen häkeln. Die Reihe wird beendet mit einem ganzen Stäbchen in der letzten Masche. Und so sieht das dann aus. Jetzt 2 Luftmaschen und die Arbeit wenden. Und nun häkel ich in den Muscheln, in der Lücke zwischen den Muscheln. Ein ganzes Stäbchen in dieser Lücke. 2 Luftmaschen und nochmal ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Hier ist die nächste Muschel. Wieder in der Lücke der nächsten Muschel ein ganzes Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und nochmal ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Jetzt die nächste Muschel. Hier ist die Lücke. Ein ganzes Stäbchen in der Lücke. 2 Luftmaschen und nochmal ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Ich überspringe die Stäbchen, gehe wieder in die nächste Muschel und auch hier ein ganzes Stäbchen in der Lücke der Muschel. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Ich überspringe die Stäbchen und in der letzten Masche häkle ich ein ganzes Stäbchen. Und jetzt habe ich wieder eine Reihe mit Dreiecken. 2 Luftmaschen und die Arbeit wenden. Und jetzt werden wieder Muscheln gehäkelt. Ein Umschlag in die Lücke einstechen, hinter dem Stäbchen im Dreieck rauskommen. Faden holen, hinter dem Stäbchen in der Lücke rauskommen. Ein ganzes Stäbchen. Jetzt 3 ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. 1, 2 und das dritte. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und das dritte. 1 Umschlag im Dreieck hinter dem Stäbchen in der Lücke rauskommen. Faden holen, hinter dem Stäbchen im Dreieck rauskommen. Und wieder ein ganzes Stäbchen häkeln. Unsere Muschel ist fertig. Und das ganze jetzt noch einmal. 1 Umschlag in die Lücke einstechen, hinter dem Stäbchen im Dreieck rauskommen. Faden holen, hinter dem Stäbchen in der Lücke rauskommen. Ein ganzes Stäbchen häkeln. 3 ganze Stäbchen im Dreieck. 1, 2 und das dritte. 2 Luftmaschen. Noch einmal 3 ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. 1, 2 und das dritte. 1 Umschlag im Dreieck hinter dem Stäbchen in der Lücke rauskommen. Faden holen, hinter dem Stäbchen im Dreieck wieder rauskommen. Und ein ganzes Stäbchen häkeln. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Hinter dem Stäbchen Faden holen, in der Lücke rauskommen. Ein ganzes Stäbchen häkeln. 3 ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. 2 Luftmaschen. Und noch einmal 3 ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. 1, 2 und das dritte. 1 Umschlag ins Dreieck, hinter dem Stäbchen in der Lücke rauskommen. Faden holen, hinter dem Stäbchen im Dreieck wieder rauskommen. Und ein ganzes Stäbchen häkeln. Und noch einmal. Umschlag hinter dem Stäbchen im Dreieck rauskommen. Faden holen, hinter dem Stäbchen in der Lücke rauskommen. Ein ganzes Stäbchen. 3 ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. 2 Luftmaschen und noch einmal 3 ganze Stäbchen in der selben Lücke. Das dritte. Und jetzt wieder ein Umschlag ins Dreieck, hinter dem Stäbchen in der Lücke rauskommen. Faden holen, hinter dem Stäbchen in dem Dreieck wieder rauskommen. Und ein ganzes Stäbchen häkeln. Wir wenden die Reihe mit einem ganzen Stäbchen in der letzten Masche. Und so sieht unser Muster aus. Jetzt geht es wieder los mit der Reihe mit den Dreiecken. 2 Luftmaschen. Die Arbeit wenden. Und wieder in der Muschel, dort wo die Lücke ist, ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in der selben Lücke. Die ganzen Stäbchen überspringen. In der nächsten Lücke wieder ein Dreieck häkeln. In der Lücke ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen. Ein ganzes Stäbchen in der selben Lücke. In der nächsten Lücke wieder ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in der selben Lücke. In der nächsten Muschel ein ganzes Stäbchen in der Lücke. 2 Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in der selben Lücke. Und wir beenden die Reihe mit einem ganzen Stäbchen in der letzten Masche. 2 Luftmaschen. Dann wird die Arbeit wieder gewendet. Und jetzt wird wieder die Reihe mit den Muscheln gehäkelt. Es sieht viel komplizierter aus, als es ist. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Probiert es aus. Ihr werdet sehen, es macht Spaß. Und es ist einfach wunderschön. Und so sieht es aus, wenn es größer wird. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und einem Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Danke.